Das Pferd ist von hinten auf. Habt ihr gesehen? Vielleicht bleibt uns da ein wenig mehr Zeit. Er sitzt fest! Er schalten wir die Primärwaffe aus! Das ist unsere Chance! Es ist doch der Schwanz! Das gibt es doch nicht weiter! Komm verschwingt! Na was ist denn da jetzt? Ich bin schon wieder geblieben! Ich bin schon wieder geblieben! Was gibt es doch nicht? Wo ist denn der dritte? Gedenk! So und jetzt! Monkey! Ihr sitzt fest! Wir können nichts mehr machen! Was sollen wir denn jetzt tun? Lass jetzt hören wir das zu Ende! Ich bringe das zu Ende! Ja, das möchte ich auch gucken! Siehst du keinen Abschwanz? Reiß es mir ab! Und siehst du ihm nach dem Glück! 10 über 30 Prozent! Ja, na klar! Das war doch! So, come back, Sam! Ich bin so glücklich. Ja. Leider noch nicht ganz. Was? Das war's! Schilde bei 4%. Der Große ist hin. Schilde bei 4%. Nein, keine Chance. Was machen wir denn jetzt? Ich habe noch einen Plan. Was wäre, wenn ich den ganzen Sack der Waffen auf den Antrieb umleite? Dann fliegt das Ding in die Luft. Nimm sie, Monkey. Es geht nicht anders. Es muss anders gehen. Ihr müsst aus dem Explosionsradius raus. Monkey! Los jetzt, mach schon! Nein, nein, Ziggy, nein! Pixie. Pixie. Ich komme zu Daddy. Wow Leute, ja das war mein Ende. Ich wusste, dass Pixi ein ganz guter ist, ja. Pyramid, ja Pyramid. Ist er das? Steckt der Typ hinter dem Ganzen? Stopp! Was macht ihr beiden hier? Wieso greift ihr mich denn an? Wer bist du? Ich bin Pyramid. Du hast uns doch angegriffen! Und versklavt! Ich versklave niemanden. Ich rette Leute aus der Wüste. Ich schenke Leben. Du schenkst Leben? Wie meinst du das? Ihr versteht nicht, was Pyramid wirklich ist. Ich erklär's euch. Pyramid ist das Gedächtnis eines Mannes, der vor dem Krieg lebte. Seine Erinnerung an die Welt, wie sie einst war. Ich bin Pyramid. Ich bin dieser Mann. Doch ich bin mehr als nur Erinnerung. Mehr als nur ein Archiv. Ich bin... Eine Arche. Diese Bilder... Das hab ich gesehen. Durch das Stirnband. Du siehst, was ich mit ihnen teile. Sie sind keine Sklaven. Sondern Bürger. Sie haben Jobs. Sie heiraten. Sie sehen ihre Kinder groß. Die Kinder gehen zur Schule. Ihr habt keine Schulen. Ihr habt nix. Eure Welt ist die Wüste. Ein steter Kampf ums Dasein. Pyramid ist eine Welt, in der man leben kann. Aber du... Zerstörst diese Welt hier. Um der Alpen willen. Seht doch selbst. Seht, was sie haben. Ehe ihr es ihnen nehmt. Na los. Na los. Setz die Maske auf. Monkey! Warte. Vertrau mir. Ja. 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 Naas. Es ist wunderschön. Oh wow. Onset Trippitaka. Was ist das Richtige? Ja Sweetie, das war das Richtige. Auf jeden Fall. Ja Leute. Ein episches Ende. Wer hätte sich das gedacht, ja? Gut Leute, ich werde das jetzt nicht durchlaufen lassen, aber wie gesagt, das Spiel war cool. Die Story ist okay. Das Handling auch. Und ja, jederzeit wieder. In diesem Sinne, Trippitaka, unser verstorener Pixie. Und wir als Markie verabschieden uns jetzt hier. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschau Leute. Bis zum nächsten Mal. Oh ja, so so. 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 Oh ja, so so.